Den leeren iPad-Akku schnell am nächstgelegenen PC oder Notebook aufzutanken war bisher nicht möglich. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit diesem Ladeadapter von Callstyle wird Ihr iPad erst richtig flexibel. Der superleichte Adapter passt dank seiner winzigen Maße prima in die Hosentasche. So wird er zum praktischen Begleiter, der bei Bedarf immer greifbar ist. Den Adapter einfach am USB-Anschluss einstecken, Ihren mobilen Begleiter mit dem Ladekabel anschließen und schon lädt das iPad direkt per USB. Natürlich können Sie auch Ihr iPhone oder Ihren iPod mit Hilfe des Adapters laden. Der Vorteil? iTunes wird nicht gestartet, da nur ein Energiefluss stattfindet und keine Datenübertragung. Lassen Sie sich nicht von der Technik vorschreiben, wo und wann Sie Ihr iPad laden können. Dieser Adapter verschafft Ihnen die Freiheit, selbst zu entscheiden und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017